In diesem Video erkläre ich dir das Genus der lateinischen Substantive. Genus ist der Fachbegriff für das grammatische Geschlecht. Im Deutschen gibt es drei Genera, Maskulin, Feminin und Neutrum. Im Lateinischen ist es ganz genauso. Nur im Deutschen erkennt man das Genus eines Substantivs am Artikel. Der Hund ist Maskulin, die Katze ist Feminin und das Auto ist Neutrum. Im Lateinischen jedoch gibt es keine Artikel. Hier erkennt man das Genus an der Endung. Die Endungen der lateinischen Substantive hängen von ihrer Deklinationsklasse ab. Für die O-, A- und U-Deklination gibt es eine ganz einfache Faustregel. Endet die Grundform, also der Nominativ Singular, auf Us, dann ist das Substantiv Maskulin. Endet sie auf A, dann ist das Substantiv Feminin. Und wenn sie auf Um oder U endet, dann ist es Neutrum. Es gibt nur zwei wichtige Ausnahmen zu dieser Regel. Die Wörter Manus, Hand, und Dormus, Haus, aus der U-Deklination sind beide Feminin. Kommen wir zu den Substantiven der E-Deklination. Sie sind alle Feminin, mit Ausnahme von Dies, Tag, und Meridies, Mittag. Die sind nämlich maskulin. Okay, das war einfach. Aber schwieriger wird es nun bei der konsonantischen Deklination. Hier kommen alle drei Generer vor. Und um das Genus an der Endung zu erkennen, gibt es viele Regeln und dann auch noch Ausnahmen dazu. Daher ist es am besten, wenn du das Genus zum Wort, und zwar bei jedem Substantiv, gleich dazu lernst. Weitere Videos zu allen neuen Schulfächern findest du auf LearnAttack.de. Melde dich an und erweitere dein Wissen. Du hast etwas nicht verstanden? Kein Problem, frag einfach unsere WhatsApp-Nachhilfe. Und willst du dein erlerntes Wissen testen? Dann bereite dich optimal mit interaktiven Übungen vor. Unsere zahlreichen Original-Klassenarbeiten und die dazugehörigen Musterlösungen helfen dir von der 5. Klasse bis hin zur Abschlussprüfung. Worauf wartest du noch? Melde dich jetzt auf LearnAttack.de an und lerne mit über 5000 Videos, Klassenarbeiten und Musterlösungen.